Hat es bei den Wollnys eine Trennung gegeben oder nicht? Ein neues Statement von Sylvia Wollnys Tochter spricht Bände. Lange wurde spekuliert, ob sich Sylvia Wollny und Harald Elsenbast getrennt haben. Bis heute wurde das Rätsel nicht gelöst, zumindest nicht von den Wollnys selbst. Ein Insider, aus dem Kreis der RTLZWII-Familie, hat mittlerweile allerdings gegenüber tvmovie.de verraten, von wem sich Sylvia Wollny wirklich trennte, als sie im September 2023 davon sprach, eine Person aus ihrem Leben verbannt zu haben. Wie der Stand mit Harald ist, bleibt derweilen offen. Doch wie es scheint, haben Sylvia Wollny und ihr Lebensgefährtin sich eine eigene kleine Familie aufgebaut, indem sie Kalanta Wollnys Tochter Kataleja, alias Püppi, adoptiert haben. Zuletzt zeigten sie sich vermehrt mit dem Kind, wirken wie frisch gebackene Eltern. Dass sie sich getrennt haben, ist also weitestgehend auszuschließen, oder? Sarah-Jane Wollny wird auf Trennung von Sylvia Wollny und Harald angesprochen, und reagiert seltsam. Darauf wurde nun auch Tochter Sarah-Jane Wollny angesprochen, und beantwortete die Frage im Rahmen eines QAs sogar. Stimmen die Gerüchte mit der Trennung mit Harald und Sylvia, so ein, e-Follower, in neugierig? Leute reden viel, wenn der Tag lang ist, und vor allem um Klicks zu bekommen, so die vage Antwort. Auch hier auffällig. Kein Mitglied der Familie kann sich zu einem klaren Nein durchringen. Warum Sylvia Wollny und ihre Kinder nicht einfach einmal klipp und klar sagen, dass Sylvia und Harald noch zusammen sind, bleibt rätselhaft. Es ist nicht das erste Mal, dass über eine mögliche Trennung des TV-Duos spekuliert wird. Schon häufiger befürchteten Fans, die 58-Jährige und der Lebensgefährte, den sie nach der Scheidung von Ex-Mann Dieter Wollny über eine Dating-App kennenlernte, seien nicht mehr zusammen. Bis heute halten sich sogar Wacker-Behauptungen, denen zufolge Harald Elsenbast ohnehin nie der echte Partner von Sylvia Wollny war, sondern nur ein Kompase in der RTLZ-WII-Sendung. Die Wollnys, eine schrecklich große Familie. Mehr dazu erfahrt ihr hier im Video. Weitere Wollny-News. Kalanta Wollny ist zurück. Wer mehr Geheimnisse über die Wollnys erfahren möchte, kann das dieser Tage auf Kalanta Wollnys Instagram-Profil tun, auf dem sie sich seit Jahresende 2023 immer mal wieder zu Wort meldet.